ja okay wir haben jetzt trinity river gefunden hier an diesem platz jetzt nicht unbedingt hier wo ich gerade stehe kann man ein boot ins wasser lassen und die fahrt im fluss genießen es glaube ich auch so ein bisschen wildwasserfahrt es gibt eine tafel da ist die route aufgezeichnet und ja muss wohl immens viel spaß machen den fluss hier einfach ein bisschen entlang zu schippen oder halt zu fischen okay weiter geht's